Hey Leute, ich bin SmackTabrik. Ja, bei YouTube gibt es hier eine tolle Funktion, wo man so sehen kann, wonach die Zuschauer suchen. Leider funktioniert das nur für die englischsprachigen Zuschauer, aber von den Vereinigten Staaten bis rüber zu Australien wird hier überall nach demselben gesucht. Und deshalb wollen wir uns doch mal anschauen, was sich dahinter verbirgt, denn ich bin mir sicher, auch die deutschsprachigen Zuschauer suchen nach ähnlichen Dingen. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, welches das meistgeklickte Video auf YouTube ist. Ich denke, das ist sehr, sehr interessant. So, wenn ich das hier eingebe, dann kommt hier diese Suche raus. Ja, auch diese Suche kam raus, wenn ich das englischsprachig eingegeben habe. Und mit 6,1 Millionen, glaube ich nicht, liebe Leute. Das wird ein anderes sein. Und das ist auch ein anderes. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und dann bin ich hier auf Google gegangen und habe herausgefunden, dass Baby Shark das meistgesehenste Video ever auf YouTube ist. Schauen wir da mal rein. Ich habe das hier schon vorbereitet und hier sehen wir es auch. Es hat über 10 Milliarden Klicks, ist 6 Jahre alt und es ist ein Musikvideo für Kinder. Ich kann es jetzt leider nicht öffnen, sonst würde ich gegen Copyright-Rechte verstoßen. Ich kann es hier mal so ein bisschen im Vorschaubild laufen lassen. Ja, so ein paar tanzende Fische und dann kommt halt der Baby Shark und ja, dann kommt eben eins, die sagt, oder diese Kinder und die singen dann eben Baby Shark. Und naja. Ja, das ist auch vermutlich der Grund, warum es so viele Aufnahmen hat, weil es ein Kindervideo ist. Ja, die Kinder, die schauen sich immer wieder gerne dieselben Sachen an. Ähm, jeden Tag, jeden Abend und dann auch mehrmals und somit, ja, bekommt man dann eben solche Aufrufzahlen. Also, wenn ihr Aufrufzahlen haben wollt, macht Kindervideos. Kleiner Werbungstropfen dabei ist, wenn ihr damit Geld verdienen möchtet, ähm, YouTube hat irgendwann mal eine Regel eingeführt, dass, ähm, ja, personalisierte Werbung bei Kindervideos nicht mehr erlaubt ist. Das heißt, die Einnahmen dürften dann für dieses Video auch stark zurückgegangen sein, was natürlich den Klicks, ja, nichts ausmacht. Da hat es keine Folgen drauf. Ja, ich hoffe, das Video hier war jetzt interessant für euch. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Peverick.